Die 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 Steh doch auf! Entfahre doch mit! So schlimm! Oh, oh Gott! Das tut mir so leid! Oh Gott! Ich hab noch nie einen angefahren! Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie Jek! Wissen Sie, wer das ist, der sich hier unter Schmerzen kommt? Das ist der Karnevalsprinz, den Sie überfahren haben! Und Sie haben das Dreierstirn auseinandergerissen! Sie haben die laufende Session in Ihr Fahrer gebracht! Das hab ich doch nicht absichtlich gemacht! Von wegen Karneval! Der war doch betrunken! Der ist doch wie bescheuert auf die Straße gelaufen! Der hat aber wenigstens ne Teilschuld! Hier liegst der Prinz vor Ihnen im Dreck! Klümmt sich vor Schmerzen! Und du denkst nur an deine verdammte Versicherung! der Prinz vervloge dich du verdammte Alpje trinken du so ist bei allem warte 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 ist vervloge dich du Düsseldorf Geh jetzt gewicht ich mach mich schon allein verschwinde du doch ich geh eben bitte jetzt übertreiben Sie aber wirklich ein bisschen doch was war das denn ... jetzt hör ich wirklich schon diesen Kanuf weil ist Unsinn ach Gott ich bin Tann das ist wegen dem Adrenalin Ich brauche einen Arzt. Mir geht es schlechter als dem. Ich fahre jetzt einfach nach Hause. Ganz, ganz schnell nach Hause. Einfach nach Hause. Ein bisschen Musik. Ganz, ganz schnell drüben, fast leer. Ich kann doch nicht überall nur Karnevalsmusik. Ich hab drei Haare auf der Wurst nicht mehr ein Bär. Ey, wo ist denn der Klassik-Sender? Da. Untertitelung des ZDF, 2020